In Lebach ist am Morgen ein neuer Zustellstützpunkt der Post eröffnet worden. Das 6500 Quadratmeter große Gebäude wurde von einem privaten Investor erstellt. Die Post hat es langfristig gemietet. 30 sogenannte Verbundzusteller versorgen von hier aus Lebach und Schmelz. Demnächst kommen hier erstmalig im Saarland die neuen Elektrozustellfahrzeuge der Post zum Einsatz.